Liebe Studierende, willkommen zur achten Videoübung des Semesters zum Thema Carnot-Pumpe. In der Vorlesung haben wir ganz allgemein gelernt, dass eine Wärmekraftmaschine sich in einer Wärmepumpe umwandeln lässt, falls man die Reihenfolge der thermodynamischen Prozesse umdreht. In diesem Fall berücksichtigt man eine Carnot-Maschine als Wärmepumpe mit Wärmereservoiren bei den Temperaturen T2 und T1, wobei T2 höher als T1 ist. Wenn die Wärmepumpe als Kältemaschine betrachtet ist, dann interessiert uns die entzogene Wärme ΔQ1. Ganz allgemein ist die dazu gehörende ungesuchte Leistungsziffer definiert als y gleich ΔQ1 gedeicht durch ΔW. Wobei ΔQ1 eben die entzogene Wärme ist, wie vorher gesagt, und ΔW die zugeführte Arbeit in der Maschine ist, sodass Wärme in einem höheren Wärmereservoir gepumpt wird. Wir müssen somit ΔQ1 und ΔW als Übertragungsformen der Energien bestimmen. Dies erfolgt, wenn wir vorübergehend die Maschine als Motor berücksichtigen. Ich erinnere hier, dass dann ΔW die effektive verrichtete Arbeit der Maschine ist und der Fläche, eingerammt beim Kreisprozess im PV-Phasendiagramm, entspricht. Erstens benutzen wir die Information, dass die Carnot-Maschine pro Zyklus 100 Joule aus dem wärmeren Reservoir nimmt. Das heißt, nach der Konvention der Figur, ΔQ2 ist gleich 100 Joule. Eine positive, zugeführte Wärmemenge im Motor. Aus der Definition des Wirkungsgrads können wir mit den angegebenen Temperaturen T1 und T2 folgendes für eine Carnot-Maschine schreiben. Nämlich, Wirkungsgrad Eta allgemein ist gleich minus dem Verhältnis zwischen ΔW und ΔQ2. Das heißt, ΔW als effektiv verrichtete mechanische Arbeit und ΔQ2 als effektiv zugeführte Wärmemenge. Aber dies ist auch gleich für eine Carnot-Maschine. Das haben wir in der letzten Video Übung 7 berechnet. 1 minus T1 über T2. Die wertvolle verrichtete mechanische Arbeit der Carnot-Maschine ist somit Minus ΔW ist gleich Eta mal ΔQ2 und zwar explizit für eine Carnot-Maschine 1 minus T1 über T2 mal ΔQ2. Und eben mit den numerischen Angaben, mit den numerischen Werten der Aufgaben, beide Temperaturen für die Wärmereservoir und diese Menge ΔQ2, folgt sofort die Menge Arbeit, die diese Maschine tatsächlich verrichten kann. Das heißt, Minus ΔW ist dann gleich 74,3 Jau. Achtung, selbstverständlich, wenn die Carnot-Maschine als Pumpe funktioniert, muss diese Menge von Arbeit investiert werden. Allgemein haben wir auch in der Vorlesung gelernt, dass Minus ΔW muss gleich sein der Summe zwischen ΔQ1 und ΔQ2. Das heißt, die wertvolle mechanische Arbeit einer Wärmekraftmaschine ist gleich der effektiven, ausgetauschten Wärmemenge in der Maschine selber. Es handelt sich hier um eine Energiebilanz und daraus lässt sich ΔQ1 sofort berechnen. ΔQ1 mit den Angaben der Aufgabe ist somit Minus 25,7 Jau. Bei der Carnot-Maschine als Motor betrachtet, sind ΔQ1 und ΔW negativ nach unserer Konvention, da es sich um verrichtete Arbeit und abgeführte Wärme handelt. Bei der Umkehrung der Prozesse Wärmekraftmaschine versus Wärmepumpe sind dann ΔQ1 und ΔW beide positiv. Die gesuchte Leistungsziffer ist schließlich y ist gleich 0,346. Diese Aufgabe, auch im Zusammenhang mit der Aufgabe 7, hat uns die allgemeine Diskussion um Wärmekraftmaschine, sprich Motore und Wärmepumpe beigebracht. Ich freue mich auf die nächste Videoübung mit Ihnen. Ich freue mich auf die nächste Videoübung mit Ihnen. Ich freue mich auf die nächste Videoübung mit Ihnen.